Hey cool, mein Zahnarzt hat jetzt auch eine App fürs iPhone. Ich habe gerade den Link per SMS bekommen. Die lade ich mir gleich mal auf mein iPhone. Ich habe gerade den Link per SMS bekommen. Ich habe gerade den Link per SMS bekommen. Ich habe gerade den Link per SMS bekommen. Das Liebling hat jetzt auch eine App? Ja.